Ja, es ist Zeit für ein kleines Informationsvideo. Es wird ein recht kurzes Informationsvideo und zwar gibt es eine bestimmte Neuigkeit, die ich mit euch gerne teilen würde. Und zwar ist es seit kurzem so, beziehungsweise seit einer kurzen Weile, wie wir bereits schon oder ein paar von euch mitbekommen haben, dass freitags momentan auf YouTube keine Streams stattfinden. Also auf YouTube selbst. Ich habe beim Upload einen Fehler gemacht und habe das irgendwie so gedeichselt, dass es zu irreführenden Praktiken kamen oder irgendwie teils verstörenden Inhalten, was allerdings ein Missverständnis war. Und ich habe aus Reflex leider das Video kurz darauf von YouTube entfernt, ohne halt vorher die Beschwerde eingelegt zu haben, was vielleicht was verändert hätte. Aber so kann ich halt bloß für das nächste Mal draus lernen. Tja, und was hat das jetzt mir letztendlich gebracht? Ich kann bis zum 27. Februar laut meines YouTube-Kontos nicht auf YouTube selbst streamen. Die Betonung liegt auf nicht auf YouTube. Ich werde in dieser Zeit bis zum 27. Februar auf Twitch aktiv sein. Deswegen hat man mich freitags auch nicht bemerkt, als ich halt ja streamt hatte. Das sind momentan Games wie zum Beispiel Castle Crushers oder halt ja auch Zelda am Sonntag jetzt zum Beispiel wie heute. Oder halt jetzt auch später Banjo-Kazooie und so weiter. Etc. Spyro. Das geht alles weiter. Die Streams dazu werde ich auch veröffentlichen, alle zwei Tage. Aber halt die Streams live gesehen finden bis zum 27. Februar auf Twitch statt. Und das war so die Neuigkeit, die ich euch da gern überbringen wollte, dass ihr halt Bescheid wisst. Ihr findet meinen Twitch-Kanal auch sowieso auf meinem Hauptkanal, den ich natürlich auch verlinken werde oben auf meiner Startseite. Dass ihr dann möglichst schnell zu diesem Twitch-Kanal findet. Und sonst findet ihr auch den Twitch-Kanal unten in der Videobeschreibung. Ja, das war meine kurze Information. Meine wichtigste. Ansonsten noch einen schönen Advent. Und bis dann, Leute. Ciao. Ciao.